Macht Ihr Rücken Ihnen auch Probleme? Dann haben wir im Josco Fitness Club drei passende Lösungsansätze für Sie, mit denen wir erfolgreich arbeiten. Sie haben die Möglichkeit, an unseren Chipkartengesteuerten Geräten betreut zu trainieren. Ihnen steht ein abwechslungsreiches Kursangebot zur Verfügung und vor allem unser effektives Training für die Faszien und die Beweglichkeit an unseren Holzgeräten. Ich zeige Ihnen hierzu einen kleinen Einblick. Was ist das Faszientraining oder das Five-Konzept? Ich finde es persönlich extrem wichtig, insbesondere für den Alltag als auch für sportlich aktive, da verklebte Faszien eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen bei allgemeinen Gelenkbeschwerden, aber auch insbesondere Rückenbeschwerden. Dementsprechend kann ich das aus medizinischer Sicht als auch persönlicher Sicht, weil ich das selbst jetzt seit einiger Zeit mache, absolut empfehlen. Vielen Dank. Vielen Dank.